Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Kansas-Event-Video hier im, ja, gut, American Traffic Simulator, wo auch sonst. Ähm, wir stehen hier immer noch in Kobe und wir schauen mal, wohin die Reise hier geht. Von hier aus, ähm, ich hab schon mal ein bisschen nachgeguckt. Wahrscheinlich geht's nach Dodge City. Hey, es wird's auch gehen, aber Dodge City wird's wahrscheinlich werden. Es sei denn, aufzureißen, ich bin jetzt wieder weg. Ähm, ich hab vorher nach Philipsburg geguckt, aber, äh, es war nur was nach Pittsburgh. Okay, es haben wir was nach Philipsburg. Jetzt kann ich zumindest gucken, ob die Strecke, die Strecke wird sogar ausreichen. Hm, ich muss sagen, wir machen mal eine kurze, kurze Fahrt nach, nach Philipsburg und von Philipsburg könnte es prinzipiell sogar nach Hayes gehen. Und von Hayes dann, ja gut, Hutchinson, Wichita, oder whatever, aber nicht mehr in Dodge City. Dodge City wäre es dann zu nah. Oder, ist das zu nah, wenn es von Hayes hingehen würde? Hayes kommt mir doch drauf an, ob wir was nach hier bekommen, oder nach hier. Aber ich dachte, von Hayes nach Dodge City könnte es echt eng werden. Wahrscheinlich wird's nicht ausreichen. Gut, Industrieplan würde ich sagen, 19.000 Pfund. Ist halt kein Geld, was wir bekommen, aber... Die Schrecken sind ja auch relativ kurz. Noch. Dann wollen wir mal dorthin fahren. Mit. Wenn ich dann mal alles lösen würde hier, ne? Tanken muss ich nicht mehr, glaube ich. Wollte ich nicht. Okay, was heißt, muss ich nicht mehr, muss ich irgendwann, aber... Hatte ich, glaube ich, noch nicht vorgehabt. Wird hier mit direkt im Sinne. Wir haben noch genügend drin. Glaube ich. Äh, ja. Gut. Noch genügend drin. Bisher. Mensch, so viele Infos. Die man hier bekommt. Äh. Dann wollen wir mal. Ich hoffe mal, dass ich... Ich sollte mich auch gleich ein bisschen rechts halten. Ich muss mich ja gleich rechts halten. Ohnehin schon. ATS Bank. Wir fangen jetzt diesmal bei... ...der letzten Ladestelle. Ab Ladestelle fahren wir jetzt hier vorbei. Dann turn right. Turn right. Okay. Ist sowieso krank geworden. Umso besser. Dann müssen wir mal ein bisschen links. Und... ...fahren wir dann mit dem richtigen Tempo. Ich habe jetzt schon wieder nicht darauf geachtet. Da war es gar nicht so on the fly wie in der gestrigen Video von ETS 2. Ähm... Natürlich wieder mal nicht darauf geachtet, von wo wir abholen. Aber scheinbar von Pickett. Machen wir ein Pickup. So, jetzt so mit dieser Belieferung klingt das ja doch schon so ein bisschen... Wie hieß denn das nochmal? Also es gibt ja... Äh... Es gibt ja so ein... So ne... So ne... So ne Website... Ähm... Wo... Selbstständige quasi in Amerika... Äh... Auf Frachten bieten können. Und so wirkt das jetzt gerade mit dieser Ladung, dass wir quasi vom... Baumarkt quasi jetzt was abholen, nur dass wir halt keine eigenen Trailer haben. Das ist das einzige, was ihm nicht passt. Wenn wir einen eigenen Trailer hätten, dann wäre es noch passender. Ich habe schon gerade wieder vergessen, wie ob die Serie nochmal hieß. Weil es einfach schon so lange ich mal gesehen habe. Ich habe ihn auch immer gerne geschaut. Lief glaube ich... Zumindest... Ne... Mit deutscher Synchro und so weiter immer auf... D-Max... Oder D-Max, wie auch immer. Ich komme gar nicht auf den Namen. Aber so wirkt das jetzt gerade zumindest so ein bisschen. Nicht ganz, aber so ein bisschen. Dann wollen wir mal eigentlich hauptsächlich Landstraße, glaube ich. Gucken wir mal große Avokade und schauen uns das an. Ja, ein bisschen über die Highways. Ja, jetzt ist die Frage. Golden Meadows jetzt noch zu Colby? Äh, zu Colby oder schon zu Philipsburg? Ich denke, eher zu Colby. Ja, dann fahren wir ein bisschen über die... Über Highway 83 und Highway 36 nach Philipsburg. Ja, Philipsburg. Wie gesagt, ich habe gerade eben kurz... War kurz davor, als ich so ein bisschen am Nachschauen war. Nach Aufträgen. Habe ich Pittsburgh gesehen. Habe mich schon ein bisschen gefreut, dass wir nach Philipsburg kommen. Bis dann... Ein Bruchfall in der Sekunde später... Dann aufgefallen, dass es... Passt nicht ganz. Überein. Ein Bahnübergang, sehr schön. Ach ja, mit den ganzen Bahnübergängen und so, da... Da bekomme ich immer mehr Lust wieder... Äh... Ich weiß gar nicht, habe ich mir TSW4 überhaupt geholt? Ich glaube, ich habe mir TSW4 nicht geholt, weil ich mir dachte, okay, ich habe mir TSW3 geholt, aber nicht gespielt. Dann warte ich einfach... Bis zum Zeitpunkt, wo ich dann wieder einen vernünftigen Rechner hier habe. Ist ein bisschen mehr sinnig. Nicht, dass ich mir dann jetzt TSW... ...vier hole und TSW5 und erst TSW5 spiele. Und dann zwei Spiele quasi ausgesetzt habe. Alter, der Sonnenaufgang ist einfach nur nice. So, am Sonnenaufgang und so, da... Da kann man sich eigentlich schon fast gar nicht mehr dran satt sehen. Oh. Ich sollte vielleicht auch wieder Gas geben. Das wäre sinnvoll, wenn ich jetzt den Sonnenaufgang betrachte. Aber es ist einfach... Die Skybox ist einfach echt wunder, wunderschön von ETSW4 und von ATS. Also, ja, genau, deswegen habe ich eigentlich auch ausgesetzt. Ich weiß gar nicht. Ich denke... Hm. Es ist halt die Frage, wie jetzt von den Einstellungen her, also von den Grafikeinstellungen her und so weiter, so die, der Unterschied ist zwischen ETSW4 und ATS. Ähm, ach, zwischen, ne, zwischen SR Software spielen und die von DTG. Äh, ob man, ob ich prinzipiell einfach schon mich so wieder heransetzen könnte. Noch mit dieser, ähm, Ersatzmühle, die noch eine ältere Grafikkarte hat, obwohl ich nicht das geplant hatte, als die, der vorherige PC. Mit der, äh, damals mit der AMD Radeon R280. Hier ist eine AMD Radeon R270 drin, glaube ich. Habe ich mich recht im Sinne? Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar mit 1 GB mehr, äh, VRAM. Ich glaube hier, ich weiß nicht, hier sitzen, glaube ich, 4 GB VRAM drin und beim anderen war nur 3 GB drin, glaube ich. Also, 3 GB auf alle Fälle und hier, ich glaube, 4 GB. Ich weiß es aber nicht. Ähm, ich meine aber schon, dass ich es halt deswegen mir dann geholt habe, bis man, um halt so wirklich explizit nachzuschauen, das habe ich dann in dem Moment natürlich nicht mehr gemacht. Abgesehen davon gab es auch, glaube ich, gar nicht irgendwie eine alte, weitere alte Grafikkarte, zumindest in dem Moment, die halt passender wäre, also passend war. Ähm. Ja, ist gut. Ja, wo war ich? Ähm. Genau, dass ich mir halt quasi, zwar was den, äh, VRAM betrifft, dass ich mir quasi eine bessere Grafikkarte geholt habe, als die vorjährige, aber halt Baujahr, jünger, ähm, älter, eine Generation davor, für den Ersatzrechner, äh, wohlbemerkt, wodurch es halt, ja, wodurch jetzt quasi die Qualität ist, wie sie gerade ist. So, ich habe jetzt, na, ich, 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 ich merke selber gerade jetzt bei dieser, bei diesem Abschnitt hier, da ist es halt auch nicht sonderlich flüssig so, aber ich glaube so durch die Aufnahme und durch das Rendern später dann ist es halt für euch wahrscheinlich noch mehr laggy, also für mir kommt es sogar zuvor, als ob es die gerade so 25 FPS sind. Bei euch wirkt es wahrscheinlich dann eher wie 20, zumindest nach meiner Beobachtung, wo ich mal kurz einen Test gemacht hatte, also wo ich kurz einen Kontrolltest gemacht habe, aber nach einer Zeit wirkt es natürlich auch wieder ein bisschen anders, aber ich meine, es läuft ja doch schon, dafür, dass es noch eine Generation vor der alten Grafikkarte war, doch schon relativ flüssig. Aber natürlich nicht so flüssig, wie es mit einer vernünftigen neuen Grafikkarte laufen würde. Aber wie gesagt, alles in einem neuen Jahr. Dann ein weiteres Mal. Entweder mit mit Dingens, entweder mit Repariertem, von Profis repariert oder von mir repariert oder ein neues Ding. Aber davor gibt es dann egal, welches der drei Szenarien es ist, was erstmal, ja, eigentlich, ich würde schon sagen, eine zweimonatige Testphase geben, wo ich dann eigentlich, wenn ich überhaupt was mache, also wenn ich überhaupt auf YouTube was mache, also auf YouTube selber was mache, wie jetzt hier aufnehmen, streamen, whatever. Also eigentlich nur die beiden Sachen. Da würde es dann allerhöchsten Streams geben. Halt so ähnlichen Dingen, also vielleicht auch keine Streams und auch Aufnahmen zwischendurch mal, die halt ähnlich sind wie jetzt dieses, also quasi zu irgendwelchen Events von SCS Software. Und abgesehen davon, welcher die zwei Mode dann nutzen, um den Rechner ausgiebig zu testen, so wie ich es mit diesem Jörg eigentlich im Grunde genommen sechs Monate gemacht habe, bevor ich dann die Aufnahme gestattet habe für dieses Event. In Philips, ich muss hier links. Ich dachte, ich muss da hinten links. Oh, es geht Richtung Es wirkt wie ein Hafen. Aber es ist wahrscheinlich nur Silo. Oder so. Ja. Oder Hm. Ja, machen wir gleich. Ich gucke mal kurz, was wir hier haben. Bildmasters. Okay, dann haben wir hier wahrscheinlich eine von den Construction Building Material nee, von den Building Material Factories. I guess wäre zumindest ja sinnig beim Namen. So, Ah, des Namens. Vielleicht fahren wir dann ja gleich von hier aus. Oh. Ein bisschen spät links abgewogen. zu Ecos Transport. Es ist halt einfach cool, dass man halt nicht wirklich nur ein normales Prefab hat von der Firma, sondern halt wirklich so ein individuelles, wo halt noch mehr dran ist wie mit dem Parkplatz und so weiter. Also es ist halt, ich finde mittlerweile, also es war damals ja schon echt nice und gut, aber mittlerweile sind halt die ganzen Firmen und sonstiges super nice. Davor hatte man ja eigentlich so ein Prefab, was quasi dann hier endete, in Anführungszeichen, mit dem Sound, äh, Sound hier bei dem Dings, aber hier ist es einfach ein komplett glatter Übergang. Es ist halt einfach, ja, echt nice. Gute Arbeit von SC Software. Industrieplatten auszeichnet von Colby nach Philipsburg geliefert. Gefahrensteiger von 13 Meilen, Dauer 15 Minuten, eine sehr kurze Fahrt, aber ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, ich glaube auch noch gab es schon 18 Gallonen, das war der 133. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. Es gab dafür zwei, knapp 2500 und knapp 200 Erfahrungspunkte. Ähm, ich würde einfach sagen, ich starte dann von hier aus, die nächste Folge, und wir gucken einfach jetzt schon mal, wohin es gleich nochmal gehen könnte, denn ich werde hier danach auf alle Fälle nochmal aufnehmen, äh, hat man noch ein bisschen was vor mir. Was ich auch interessant finde, wie man es gerade gesehen hat, auch das Angebot, man kann hier das aussuchen, das aussuchen, dass man das hier machen kann, aber wenn man dann hier drauf geht, dass man hier nichts hat. Ich meine, man könnte hier gerade auch auf, auf der Weltkarte sein und dann schnell einen Aufrag annehmen mit den Freunden, also hier fehlt mir eigentlich noch das einkönnen, finde ich, für Konvoifahrten. Ähm, im Idealfall eventuell gucken wir mal nach, ob Haze nah genug dran ist, falls Haze überhaupt da ist, Haze wäre da und es ist einfach zu nah. Das heißt, was wir machen könnten, wir könnten Richtung Dodge City jetzt fahren und danach Richtung Hutchinson oder Wichita. Und dort steht hier hätten wir einen Auftrag, einen Vorratstank von 38 Meilen. Dann würde ich sagen, fahren wir den Vorratstank direkt gegenüber von Buildmaster nach Golden Meadows in Dodge City. Für ein bisschen mehr Kohle. Genau, ich muss jetzt noch mal, äh, ähm, Fittlesburg muss ich jetzt gleich noch mal kurz austragen, dass ich da nicht mehr hinfahren kann, solange ich das Event nicht abgeschossen habe. Danach ist es ja eigentlich irrelevant. Ähm, in dem Sinne dabei will ich erstmal bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video hier vom Cruising Kansas Event wieder hier im American Truck Simulator. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!